Musik Ich würde sagen, dass wir in einem Kult und in einer Gesellschaft, die sich sehr ähnlich wie in Nordkorea befindet. Akiva Weingarten hat mit seiner Sekte gebrochen. Einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinschaft. Er ist ausgestiegen und hat sich in Deutschland ein anderes, jüdisches Leben aufgebaut. Eine Entscheidung, die streng religiöse Juden wie Jeulisch Kraus grundsätzlich ablehnen. Aber immer mehr junge Orthodoxe wollen nicht mehr nur für Gott leben. Und viele von ihnen zieht es ausgerechnet nach Deutschland. Freitagabend. Es ist Schabbat, der wöchentliche jüdische Ruhe- und Feiertag. Akiva Weingarten ist Rabbiner und steht an diesem Abend einer ganz besonderen Gemeinschaft beim Gebet vor. Viele der Gläubigen hier sind aus sogenannten ultraorthodoxen Gemeinden in den USA oder Israel ausgestiegen. In Deutschland versuchen sie, ein selbstbestimmtes, freies Leben zu führen. Einen weniger strengen Weg zu Gott zu finden. Und dabei hilft ihnen Rabbi Weingarten. Auch wenn sie nicht jüdisch leben wollen, suchen sie immer noch diese Tradition. Rabbi Weingarten will den Aussteigern ein neues, spirituelles Zuhause geben. Eine neue Familie. Zum Schabbat lädt er regelmäßig zum gemeinsamen Kochen und Essen ein. Denn wer die ultraorthodoxe Welt verlässt, bricht häufig auch den Kontakt zur eigenen Familie ab. Hier setzt Weingarten an. Er heißt alle willkommen in seiner offenen Gemeinde. Es kommen eine Mischung von ex-orthodoxen Israelis, deutschen, liberalen Juden, orthodoxen Juden, konservativen Juden, Nicht-Juden. Alle sind hier eingeladen. Wir sind für alle offen hier. Das ist traditioneller gefilter Fisch. Ah, Knoblauch haben wir nicht. Scheiße. Nein. Ich forgot Knoblauch. Akiva Weingarten weiß, welche Zweifel die Aussteiger durchleben. Er ist selbst vor sechs Jahren aus einer orthodoxen Gemeinde ausgestiegen. Damals fand er sich allein in Deutschland wieder, fühlte sich vollkommen verloren. Das will er anderen ersparen. Also das, was wir hier haben, das genau hat mir persönlich hier in Berlin gefehlt. Und darum habe ich gedacht, dann öffne ich was alleine. Damit ist er zu der Anlaufstelle für all die jungen Menschen geworden, die sich aus dem strengen, ultraorthodoxen Leben befreien möchten. Ohne ganz mit den jüdischen Traditionen zu brechen. Leben und leben lassen, glauben und glauben lassen. So könnte man zusammenfassen, was Rabbi Weingarten aufbaut. Ich glaube, es ist egal, ob man an Gott glaubt oder nicht. Und wir müssen auch nicht an Gott glauben, um ein jüdisches Leben zu führen. Schabbat zu feiern, Feste zu feiern, diese Traditionen weitermachen, Essen, Melodien. Moshe Barnett, hier links, ist gerade erst in Deutschland angekommen. Für ihn und seinen Freund David war es ein jahrelanger Prozess, sich von dem streng religiösen Leben und ihren Familien in Israel loszusagen. Aber vieles erinnert eben auch an zu Hause, wie der Cholent, ein klassisches jüdisches Schabbatgericht aus Bohnen, Kartoffeln und Graupen. Essen gegen das Heimweh. Moshe Barnett will sein neues Leben, das nicht mehr nur von Religion geprägt ist, bewusst in Deutschland aufbauen. Das ist etwas, was wir nicht tun haben. Wir haben etwas, was wir machen, nicht. Wir haben eine Chance, was wir machen. Wir haben die Chance für die Chance. Wir haben eine Chance, die sich zu wählen. Wir müssen die realen Richtung, vielleicht wollen wir in der Welt wählen. Wir haben eine Teil von dem, das Sie hier sitzen. Jerusalem. Unweit der berühmten Altstadt liegt die Welt, der Mosche Barnet den Rücken gekehrt hat. Im ultraorthodoxen Viertel Mea Shearim. Die Vorfahren vieler Familien hier waren Überlebende des Holocaust. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sie sich hier angesiedelt. Ursprünglich waren die Strenggläubigen eine kleine Gruppe im damals neu gegründeten jüdischen Staat. Heute stellen sie in Jerusalem etwa 30 Prozent der Einwohner. Zu ihnen gehört Jeulisch Kraus. Im Gegensatz zu den Familien der Aussteiger gewährt er einen Einblick in das von der Außenwelt üblicherweise abgeschottete orthodoxe Leben. Kraus lebt mit seiner Frau Esther, die nicht vor die Kamera möchte, und ihren 18 Kindern in einer Zweizimmerwohnung. Der Alltag ist bestimmt von Gebeten und religiösen Studien. Genau dieses Leben ist es, dass die Aussteiger um Rabbiner Weingarten in Deutschland nicht mehr ertragen konnten. Jeder Aspekt des Alltags ist geregelt. Jeulisch untersucht die Bohnen auf Insekten. Sie sollen für das jüdische Neujahrsfest sauber sein, damit die Familie rein ins neue Jahr startet. Glaube und Aberglaube bestimmen das Leben. Ein junger Mann klopft an die Tür. Es geht ihm seelisch nicht gut. Die Gemeinde hat ihm geraten, Hilfe bei Jeulisch Kraus zu suchen. Er soll dem jungen Mann aus der Nachbarschaft das böse Auge austreiben. Dafür greift Jeulisch Kraus auf ein spirituelles Ritual zurück, für das er Blei schmilzt. Er gießt es dem jungen Mann symbolisch über dem Kopf aus, was nach langen überlieferten Traditionen in solchen Fällen helfen soll. Das Leben, das Jeulisch Kraus führt, hat sich seit Jahrhunderten kaum verändert. Ein Leben, das etwas anderes als Gott in den Mittelpunkt stellt, ist nicht vorgesehen. Und die Moderne, die Welt da draußen, wird meist als Bedrohung wahrgenommen. Die Kinder lernen in der Schule überwiegend Religiöses. Naturwissenschaften oder Geschichte gehören nicht zum Stundenplan. Mädchen und Jungen werden jung verheiratet, um möglichst große Familien zu gründen. Das Internet gilt als Sündenpfuhl. Deshalb sind Smartphones verboten. Lediglich mit alten Handys darf telefoniert werden. Ich weiß nicht, dass wir uns nicht wirklich künstleren sind. Das ist nur weil, dass der Welt ein kleineser ist, dass wir uns nicht künstleren sind. Wir sind nicht künstleren. Wir sind nicht künstleren. Wir sind immer noch ein paar Menschen. Wir sind ein paar Leute, oder sie sind künstleren. Aber dann haben wir uns nicht künstleren. Wir sind die Kompassen. Wir sind die Kompass nicht so viele Dinge. Die meisten Ultra-Orthodoxen in Mea Shearim leben von Sozialhilfe und Spenden. Jeulisch und seine Frau helfen zweimal die Woche in einer Küche aus, um ihre 18 Kinder ernähren zu können. Die Töchter müssen von klein auf mit anpacken und werden so auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter vorbereitet. Das streng geregelte Leben nach religiösen Geboten und Jahrtausende alten Traditionen gibt vielen Menschen Halt. Eine wachsende Zahl junger Ultra-Orthodoxer jedoch kommt nicht mehr damit klar, fühlt sich eingeengt und reglementiert. Jeulisch Kraus ist sich sicher, dass seine Kinder nicht dazu gehören werden. Aber was wenn doch? Zurück in Deutschland. Akiva Weingarten ist der Rabbiner von Dresden. Er wächst zunächst in einer Ultra-Orthodoxen-Sekte in New York auf, zieht dann nach Israel. Dort lebt er ein Leben wie Jeulisch Kraus. Mit 19 Verlobung, mit 22 hatte zwei Kinder. 2014 entschließt er sich, dem vorgezeichneten Weg zu entfliehen, verlässt seine Familie, kommt nach Deutschland und zerbricht fast an der Trennung. Diese Einsamkeit, der plötzliche Verlust der Familie, die die Aussteiger meistens verstößt, damit ist schwer klarzukommen. Rabbi Weingarten hatte Glück. Er fand mit Rosa eine neue Lebensgefährtin und eine Stelle als Rabbiner der jüdischen Gemeinde zu Dresden. Und seine Familie brach nicht ganz mit ihm. Er skypt regelmäßig mit seinen Eltern in New York und lässt sie an seinem neuen Leben teilhaben. Did I show you our new Chandelier? No. Oh my goodness, that's gorgeous. Where did you get it? It's so Hungarian, had you? I was gonna say, it's so Hungarian, it is. How many students do you have already? 16. You have already 16 students? I mean, only 7 are here. I read your newsletters, very carefully. Auch die Töchter Miri und Malki aus seiner ersten Ehe sind bei dem Gespräch aus Israel dazugeschaltet. Normalerweise reist er alle drei Monate nach Israel, um sie zu sehen. Wegen Corona geht das seit Februar nicht mehr. Weingartens Ex-Frau lebt noch immer ein ultra-orthodoxes Leben. Sie hat den Kontakt abgebrochen, ist bei den Telefonaten mit den Kindern nie dabei. I think that my children are too small to understand it. I do not know what they're being told by their teachers and by their mother. I do know that they will grow up and they will have the ability to choose afterwards because another world has opened up for them. And once they're in the right age, we can have these conversations and then they can choose where they want to be. Die Wahl zu haben, das wünscht sich Akiva Weingarten für seine Kinder und seine Gemeindemitglieder. Zusammen mit seiner Freundin Rosa begann er deshalb sein Programm für Aussteiger aus der Ultra-Orthodoxie in Dresden und Berlin aufzubauen. Yeah, amazing. Ah, wunderbar. Super. We got a fucking kitchen, that's good. Super, super. There's no problem like this so far, but Akiva keeps being approached about this from young men and women that left Orthodoxy. And they see he already lives in this secular world, but he keeps his, in some way, a sort of religiousness, a sort of Jewishness within the secular world. Genau das wünscht sich auch Moshe Barnett. Auch er stammt aus einer ultra-orthodoxen Gemeinde in Israel. This is my father, my mother, one of my twin sisters. I have twin sisters. This is my little sister and this is my nephew. Moshe ist das Älteste von zehn Geschwistern. Der 23-Jährige vermisst seine Familie schmerzlich. Sie weiß noch gar nicht, dass er mit dem religiösen Leben gebrochen hat. Seinen Eltern hat er erzählt, er gehe nach Deutschland, um die Heiligen Schriften zu studieren. Ein Spaziergang, einfach um spazieren zu gehen, das war in seinem alten Leben undenkbar. In Jerusalem war er meist bis zehn Uhr abends in der Schule, um die Heilige Schrift, die Tora, zu studieren. When I grew up, probably until the age of 14, 15, maybe, it was very clear to me that all what you do and all you exist in the world, it's worship God. It's all about him, meaning every aspect in your life, it's towards the willing of God, what he wants, what he wants from you. In the last year in my achievement, so we had more open conversations between the guys on a lot of subjects you can call maybe taboo by the world. But then I understood it's finished. You need to live and to move over. I lost the connection at all. Das war vor zwei Jahren. Damals verließ Moshe heimlich die Thora-Schule und damit die ultraorthodoxe Welt. Er besuchte in Israel ohne das Wissen der Eltern eine staatliche Schule und hörte dort von dem Programm, das Aussteiger in Deutschland auffängt. Über Facebook kontaktierte er Rabbi Weingarten, der ihn in diesem Sommer nach Dresden holte. Jetzt lernen er und andere Aussteiger erst einmal Deutsch. Zusammen oder getrennt? Wer stimmt so? Können wir bitte bezahlen? Das ist zwei Menschen. Soja. Soja. They have a background, both of them, because they know Yiddish. It's very similar. But for me it's like a new world from the beginning. Entschuldigung, aber mein Kaffee ist fast kalt. Oh, das tut mir leicht. Ich bringe Ihnen sofort einen... Ich bringe Ihnen sofort einen neuen. Rabiner Weingarten organisiert den Unterricht. Er besorgt Moshe und den anderen Aussteigern auch Wohnungen und hilft, Möbel zu beschaffen. Finanziert wird das durch private Spenden. Auch die Tafel in Dresden hilft. Bevor er dem religiösen Leben den Rücken kehrte, war Moshe nie allein. Sein Leben war von der religiösen und familiären Gemeinschaft geprägt. Rabbi Weingarten hilft Ihnen, Schritt für Schritt alleine klarzukommen. Das Alleinsein jedoch wirft für Moshe viele Fragen auf. Gerade bei diesen existenziellen Fragen versucht der Rabiner zu helfen. Er ermutigt Moshe und andere Aussteiger, ihr Verhältnis zur Religion neu zu denken. Dafür gibt er ihnen Thora-Unterricht in der Dresdner Synagoge. Der ultraorthodoxe Gott ist sehr präsent in deinem täglichen Leben. Er interessiert sich dafür, welchen Schuh du zuerst anziehst und zuerst bindest. Er interessiert sich dafür, mit welcher Hand du dir auf der Toilette den Hintern abwischst. Und er beschäftigt sich ausgiebig damit, dass du masturbierst. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Und das ist das Schlimmste. Und das ist das Schlimmste. At some point, er hat sich einfach verletzt. So der closest Person zu mir, der da war, von dem Moment ich geboren, bis ich glaubte, dass er nicht existiert, hat sich einfach verletzt. So wenn ich verloren habe, meine Beliefe in dem Gott, den ich aufgewachsen bin, dann habe ich mich aufgewachsen. Ich hatte einen Grund, warum ich aufgewachsen bin, warum ich alles tun habe. Warum ich arbeiten, warum ich einfach mit meinem Leben habe. Ich habe mit Zeit gelernt, wie ich, wie ich meine eigenen Gott habe, oder finden die Gott, die ich mit leben kann. Und das Gott hat nichts zu tun mit dem Ultra-Orthodox Gott. Ich würde sagen, dass wir in einer Kult und in einer Gesellschaft doch es geht. Weingarten glaubt fest daran, dass andere es auch schaffen können. Warum aber gehen junge Juden ausgerechnet nach Deutschland, dem Land der Täter, wo auch heute wieder steigender Antisemitismus verzeichnet wird? Die Antwort darauf ist kompliziert. Wie kompliziert wird Anfang September deutlich. Weingarten ist auf dem Weg nach Magdeburg. Hier findet der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter eines Anschlages auf die Synagoge von Halle im Oktober 2019 statt. Hi. Good job. Thank you. Overloads. Weingarten ist gekommen, um einer Überlebenden des Anschlags im Prozess beizustehen. Christina Feist war vor Ort, als der Täter versuchte, mit Sprengsätzen in das jüdische Gotteshaus einzudringen. Verarbeitet hat sie ihre Erlebnisse ein Jahr später noch nicht. Der Rabbiner will ihr helfen, die Worte für den Prozess wiederzufinden. Der Rabbiner weicht seiner alten Freundin vor ihrem schwierigen Prozess zu finden. Der Rabbiner weicht seiner alten Freundin vor ihrem schwierigen Prozess. und der Prozess auftritt nicht von der Seite. Christina Feist wird während des Prozesses die Stunden des Schreckens neu durchleben müssen. Stunden, die zwei Menschen das Leben gekostet haben. Die Staatsanwaltschaft hat den Täter wegen Mordes in zwei Fällen sowie versuchten Mordes in 68 Fällen angeklagt. Der ganze Prozess bringt Akiva auf die Frage zu seinem Verhältnis zu Deutschland zurück. Wir haben eine sehr kompliziertes Beziehung mit Deutschland in general. Both meine Eltern waren in Auschwitz. Und ich denke, dass die general German population ... ... ... ... ... Dennoch glaubt der Rabbiner fest daran, dass jüdisches Leben in Deutschland möglich wäre. Auch deshalb hat er sein Programm in Deutschland etabliert. In Berlin lebt ein langjähriger Freund von Weingarten vor, wie so ein Neustart in Deutschland gelingen kann. Der Fotograf Benjamin Reich hat den Rabbiner zu seiner Ausstellung eingeladen. Auch Benjamin Reich entstammt einer ultra-religiösen Familie aus Israel. Seit elf Jahren lebt er in Berlin. Jüdische Identität und jüdisches Leben in Deutschland, das sind die großen Themen seiner Arbeit. Seine jüngsten Arbeiten hat er den Überlebenden des Anschlags von Halle gewidmet. Wie wir leben, ich finde, es gibt genug Leute, die sind auch tolerant und offen. Und es wird immer so Extremisten geben. Aber ja, meine Arbeit auch, es geht auf diesen Effekt von Antisemitismus. Aber ich möchte das Licht bringen von den Leuten, wie die leben hier in Berlin und wie sie gut fühlen. Eine zweite Säule seiner Ausstellung ist das Verhältnis ehemaliger Ultra-Orthodoxer, wie ihm, zu Deutschland und der Geschichte des Holocaust. Das ist ein starkes Trauma, das mit uns wächst. Und da wollte ich etwas in den Kreis schließen und die zusammenbringen. Auf seinen Bildern vermehlt er deshalb symbolisch Juden und Deutsche. Die Holocaust-Geschichte, was wir haben gelernt über die Deutschen, die Goyen, die Nicht-Juden, die sind alle Nazis. Also alle wollen die Juden vernichten. Das ist einfach die klassische Lesung. Und hier zu kommen, ist auch, dass wir sozusagen, wir sagen, alles, was ich habe gelernt, ist falsch. Und Deutschland hat die Möglichkeit, vor uns gegeben, jüdisch zu sein. Die Möglichkeit zu entwickeln, unser Judentum, wie wir sehen. Und das ist unser neues Leben hier. Zurück in Dresden. Mittlerweile sind wieder neue Aussteiger aus Israel angekommen. Moshe Barnett lässt die Neuankömmlinge Afromi und seine Freundin Menucci erst einmal erzählen. Er weiß, wie wichtig solche Kontakte gerade am Anfang sind. Oh, 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 oh. Ich habe die Gemeinde vier Jahre gelassen. Und bin ich in einem Überlebensmode all the time. Wir kommen von Pläten, die uns nicht wirklich vorbereiten. Das ist ein regularer Leben. Ich habe die Möglichkeit, dieses Programm, dieses Programm, dieses Programm, zu lassen mich aus dem Stress in Israel und der Leben, die ich nicht möchte leben. Ich denke, dass jeder seine eigene Partner findet, seine eigene Weise, was er hier zu erreichen möchte. Ich denke, es ist ein gutes Ort, für junge Leute zu kommen und versuchen. Der Neuanfang beginnt auch für das junge Paar mit einer neuen Wohnung. Organisiert hat sie Rabbi Akiva Weingarten, den Afromi und Menucci bislang nur von Videotelefonaten kannten. Dann zeigt der Rabbiner den Neudresden an die Stadt. Und er führt sie auch zu einer alten Synagoge, die er bald mit möglichst vielen von ihnen wiederbeleben möchte. aus dem iterationen, das ganz Ai-Models geben will ich mal ein bisschen machen. Das gibt's immer auch Video von Mustaf aseg mit dem Poppen. Wir finden seine Erfurtrug in meinem Geheimdiensten. Wir finden die Erfurtrug in den Gremiensteam. Wir finden die Erfurtrug und die Erfurtrug in meinem Geheimdiensten. Wir finden sie, wenn die Entscheidung einfallen. Wir finden die Erfurtrug. Wir finden die Erfurtrug. die Erfurtrug in dem Besucher. Really will es erst und aus dem Petraguard haben. Wir finden Sie hier haben,